Hi, ich bin gerade in Korea angekommen und ich bin gerade am Flughafen. So sieht es ungefähr aus und habe jetzt auch direkt ein Busticket gekauft. Ich bin gerade in Inton und da wo meine Fam ist, ist halt ein Suwon und das ist dann noch mal eine Stunde 30 von hier mit dem Bus, aber der Bus kommt halt erst 20 Minuten, deswegen in der Zeit gucke ich mal was es hier so gibt, ob ich halt irgendwas zu snacken holen kann, weil wegen Zeitunterschied in Deutschland ist es gerade 3 Uhr morgens hier gerade 10 Uhr morgens, deswegen muss ich mal schauen, dass ich mich fit halte. So ich habe mir so ein einen Nutty Caramel Latte bestellt, ja mal gucken wie das schmeckt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber irgendwie schmeckt alles besser in Korea. Ich gehe mal was. 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 Ich gehe mal was, ich gehe mal was, ich gehe mal was. Aber jetzt bin ich Putnam montiert. Wow. So long. Yeah. Okay. Oh, wow. Oh, wow. 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 Wow, wow. 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 Wow, wow. Wow, wow. Wow. Wow, wow. Yeah, wow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017